Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Together with Simmaxi. Und wie ihr seht, auch schon an Simmaxis Pelzoberteil, dass wir immer noch nähe des Schneebiums sind im Redwood. Ja! Und das wird sich so schnell auch erstmal nicht ändern. Stopp! Ja, bin gerade am stoppen. Hier müssen wir erst die Ecke hinsetzen. Ja, richtig. Nur das snappt immer woanders. Ich geh mal raus. Was? Das snappt halt nicht an der Ecke. Nein, die meine ich doch gar nicht. Was ist denn dann für eine Ecke? Hier seitlich die Eckwand müssen wir hinsetzen. Ach so, ja. Diese Wand, dieses Triangelteil. Ja, mir geht's eher darum, dass ich hier die Lücke dann zu hab. Weißt du? Ja, das krieg ich hin. Das kriegst du hin? Okay. Dann mach mal. Von innen zu, von außen scheiße. Ja, wusste ich. Egal. Guck dir das mal von außen an. Nee, nein. Komm mal raus. Das ist nicht egal. Okay. Das ist alles andere als egal. Das ist ziemlich schlecht. Ah, ich kann dir auch sagen, warum die nicht hochsnapt. Wollen wir das Loch einfach lassen? Ja. Oder wir nehmen Triangel. Ach, wir stellen dann irgendwas dorthin, wo man das nicht sieht. Ja, oder wir nehmen Triangelisloch drauf. Ja, oder wir stellen eine Pflanze hin. Was? Ja, okay, wir haben keine Pflanzen zum Hinstellen. Was bringt uns dann eine Pflanze? Naja, die verdeckt dann das Loch. Weißt du? Ah ja. Stimmt. Hast du nicht bedacht. Oh mein Gott. Hier kann dann aber schon eine gerade Wand hin, ne? Ja, 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 ja. Weil wir machen ja zum Bau hin. Hast du noch eine Schrägung für da? Weil sonst können wir das Dach nicht weiter bauen. Ich hab noch Schrägen. Super. Oder wo meinst du jetzt? Was ich da ran bauen kann? Ach so, diese Ecke. Oder diese... Ja. Ja. Zack. Das ist die Ecke am Rand. Jetzt snappt doch bitte richtig. Anbekannt im ganzen Land. Ah, Mist. Ach, ja. Ja, also wer Haus baut, der hat echt Probleme mit den Snap Points. Ja. Weil hier das snap zum Beispiel nicht mehr. Sagen wir es anders. Wer Haus baut, hat Probleme. Ja, so können wir es auch ausdrücken. Äh, wie machen wir das jetzt hier? Brauchst du hier noch einen Durchgang, eine Tür? Oder... Warte, ich mach eine Doppeltür. Guck mal, eine Doppeltür. Ja, ja. Das ist dein... Doppeltür. Das ist dein Bier da hinten. Yay. Das ist deine Baustelle, da darfst du dich austoben. Ja. Da. Weißt du, worauf wir gar nicht geachtet haben? Oh, da fehlt dir noch eine Wand. Worauf? Aber das hat gut geklappt. Eigentlich. Dass alles gerade snappt. Wer ist weg? Dass alles gerade snappt. Ach so. Alles in dieselbe Richtung. Ja. Manchmal snappt das ja um. Ach, voll gut, oder? Ja, dann hätte ich es wieder Kunst genannt. Naja, wenn du jetzt siehst, dass oben ist es, ja, oben ist es breit und, nee, lang und unten ist es breit. Egal. Aber unten ist es fast komplett gleich, bis auf die Muster. Auf sowas achten wir nicht. Nein, sieht toll aus. Mhm. So, ich brauch mal Material. Wir hätten das natürlich auch mit OsoCraft bauen können. Hey, du, von Weitem sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß. Cool. Cool. Von Weitem ist schick, man darf nur nicht rankommen. Siehst du, da snappt das nämlich schon falsch. Wenn du von unten an oben baust, ist es so ein Unterschied. Das ist richtig, ne? Ja. Das ist richtig. Yay. Hm. Und dass man die S-Plus-Pillar jetzt trotzdem durchsieht, bei dem Stein, sieht man es nicht. Echt? Ja. Okay. Hast du noch Fensterrahmen? Die S-Plus-Pillar, also die anderen Wände? Müsste ich bauen. Nö, kann ich machen. Ja, haben wir eine Lücke. Ich mag keine Lücken. Ich mach's anders. Wo haben wir eine Lücke? Nix, alles gut. Nee, das sollte zu sein hier. Na, aber ich wollte hier eine Wand hinsetzen. Ja, mach ich. Okay, gut. Und dann da noch eine Wand. Weißt du? Hä? Da hatte ich doch ein Geländer hingestellt. Ja, das hab ich grad eingesammelt. Hast du noch eine Wand? Sonst baue ich mir eine. Ja, Wände habe ich. Dann setz mal hier eine noch hin. Oh. Nee, da soll ein Geländer hin. Nein, dann passt das aber nicht. Doch, das passt. Vertrau mir. Okay, dann nehme ich die Wand wieder weg. Einmal im Leben vertrauen. Und baue wieder das komische Geländer. Nein, 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 nein. Was? Die Wand bleibt da. Es bleibt alles so, wie es ist. das gelände auch es wird einfach noch so ein kleiner ausguck den du von innen hast ohne auf den kalten balkon oder auf den großen balkon das ist sozusagen nur dann die raucher stopp okay das ist nur die raucher ecke schluss jetzt so und jetzt und ich wollte immer gleich alles umbauen ja jetzt machen mit dem da ist doch gut nach nie doch das ende zu jetzt jetzt da eine wand sind jetzt hier meine gerade waren die ecke mache ich zwei wände drei wände ich auch noch ein geländer haben wir hier machen ein fenster hin was nämlich das dach ja natürlich da haben wir nicht da kommt ein piller in na gut darunter ist doch auch einer hey keine seufzer hier das ist wie bauen mit meiner freundin ganz ehrlich da habe ich auch ewig so diskussion das klappt nicht doch das klappt glaub mir das klappt nicht das sieht so schrecklich außer zu schluss aus der schön sei ja sag ich doch naja da glaube ich noch nicht so dran da oben muss auch noch mal eine ecke drauf ne nein doch hast du noch holz hast du noch ressourcen äh oder wände da 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 danke okay weil ich habe extra wände abgerissen damit ich den pillar bauen kann und auch mal fenster drei sollte lang ich und mein vogel ich sitz mein vogel und ich egal kann ich jetzt hier eine wand ab nein ohne ohne dass alles einstürzt geht das ähm wenn es es bloß ist ja sicher was machen wir wenn das jetzt einstürzt dann machst du es gut dann nimm doch mal bitte äh die mittlere wand hier weg nein hey vogel komm her dann setz ich die einfach ja bist du? geht doch ich komm nicht mehr an meinen vogel ey ja so geht es immer auch bei normalem arg ja ey das sieht richtig geil aus ja wir können es halt ne ich bin schon so ein bisschen stolz auf uns ja vor allem wenn man überlegt wie wir angefangen hatten ja ich mein trottelig sind wir sicherlich immer noch ja aber wir haben dazu gelernt gerade Mist gebaut okay warum frag mich nicht weiß und warum ne ist einfach falsch und ist nett ich muss die gleich nochmal aufheben na toll äh äh doch die kann ich noch aufheben da ist nur ein Dach drauf ach so na dann so wie weit bist du mit Dächern? ey ich bau grad Dächern da noch ein Dach sieht gut aus ja wir werden einmal hier die aufheben nicht meckern wegen dem Loch da wir wissen dass da ein Loch ist das bleibt auch so das ist unser wenn wir es hinkriegen denkst du wirklich uns schreibt irgendjemand in die Kommentare da ist ein Loch doch wir wissen immer noch nicht wer gewonnen hat ey Slack wahrscheinlich unentschieden die können sich nicht entscheiden ja weil ja wir waren ja auch beide schön ja scheinbar ne äh wenn wir das hier nicht kriegen ich weiß nicht ob das kippt kann man nein Wasserleitung mittendrin beginn und dann von da aus an beide Seiten weiter bauen keine Ahnung wenn ja dann führe ich hier einfach die Wasserleitung ein ja könnte man also wäre eine Idee dann stehe ich noch einen Tank hin und ja dann stehe ich da einen Tank drauf aufs Dach ja das wäre wie sieht es aus mein Dach weil ich glaube du sollst von unten weiter bauen ja jetzt erst mal oder und hier snappt es nämlich nicht mehr ne das snappt nämlich nur von unten weil die ist da unter genauso wie die Seite jetzt hä naja die drei sind darunter komm mal rein Moment wie siehst du das ganz gut was sehe ich? siehst du was ich meine? ha das hier diese Kante ist darunter und dadurch snappt das so scheiße von oben ja da musst du tausendmal probieren genauso wie diese Kante also kann ich die wieder einsam von unten ist das wesentlich ne von unten nein ist alles nein 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 ist alles richtig du kannst es leider nicht besser brauchen es snappt aber auch nicht mehr nach oben? nee warte ich werfe dir das mal hin die die ich noch hab ok da müssen wir wahrscheinlich hier ne Trennband reinziehen ja ich kann mir vorstellen warum da müssen wir wahrscheinlich ne Trennband reinziehen ja das eine war ja schon ne wir müssen wirklich ne Trennband reinziehen hast du hier noch so halbe da halbe da? diese schrägen die die ich dir grad gegeben hab? ne die die anderen oder oben links ach so äh oben links ach da oben Moment so in der Folge hatte ich ja trotzdem noch was anderes vor ok wo ich nicht weiß ob wir es schaffen aber zur Not wir könnten ne etwas längere Folge jetzt machen hier oder? äh ja dann machen wir die halt ein bisschen länger so ist doch schick äh die schrägen das machst du wunderbar ich würde nämlich erst mal hier weiterbauen und schau mal äh 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 nebst du? ja jetzt ja das Dach ist nicht so einfach die Dächer stellen sich halt nur ein bisschen doof an ja könnte man so sagen so ein bisschen ja und hier ja und hier bräuchten wir die Trennwand oder? das ist unser Sonnendach ähm ja eigentlich müssten wir hier ne Trennwand machen äh gut hätten wir jetzt hier natürlich aber das sähe jetzt scheiße aus ich hab aber eh keine Schrägdächer mehr okay also ist erstmal gut das ist gut so das Loch wein Gott das kriegen wir hin wir gucken mal wie die Raumaufteilung ist und dann machen wir von da aus das Dach weiter okay weil ich kann mir schon vorstellen wie das weg geht ja weil hier oben haben wir jetzt genau das selber Problem da haben wir jetzt ein Loch praktisch wo? hier oben Richtung Baum ne 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 haben wir nicht die kannst du von unten setzen mhm weil die hat Support ganz rechts okay mhm ganz rechts hä? rechts? rechts da wo der Daumen links ist das naja wenn du so guckst rechts ich seh dich ja da wo du gerade stehst da hat sie Support da gucke ich zum Baum hin nein komm mal runter äh so wenn du jetzt hier guckst äh warte die kannst du von hier aus setzen natürlich ist es ein bisschen hoch aber ne kann ich nicht nein aber von innen halt kannst du sie setzen das heißt wenn du die obere die du gerade gesetzt hast von der anderen Seite wenn du die zuerst wegnimmst dann als erstes die sie hier setzt und dann die wieder rauf setzt dann müsste das klappen ja also nehm ich jetzt die eine weg genau wenn mein Vogel mal landen würde landet natürlich unten ja so hab die weg genommen die ist halt sehr sicherheitsbewusst ne auch sicherheitsbewusst ne ja also ich wär oben geblieben und dann na ich denke ich soll die von unten setzen nein du kannst jetzt auch die hier setzen wenn du oben bist ach so jetzt brauch ich wieder meinen Vogel der kommt nicht rein aus sicherheitstechnischen Gründen ach ja ich liebe Vögel die sind so bittig ärgermein Dämonisch nein so wo kann ich jetzt wen weiter bauen ja wen den wo du gerade drauf standst den wo ich unter bin den setzt du zuerst weil das ist der niedrigere den wo hier den baue ich jetzt ja snappt nicht hier oben der ganz obere der snappt nicht der snappt nur die andere Seite wo ist mein Vogel komm mal hoch ja bitte das ist seltsam landet der noch mal ein bisschen anders da wollte ich aber nicht landen sehr schön das für ein dämlicher Vogel zur weite ist mir aufgefallen dass unsere Petri schneller sind als der Alpha Petri weil wir die so gelevelt haben aber den kannst du ja auch nochmal auf Movement Speed ja aber das ist schon echt krass ähm magst du mir die mal ich stelle sie dir mal in den Petris sonst rollen die runter ja die werden ja auch richtig gut oder aber gut danke hier ist support hier ist doch die Wand jetzt kann ich nämlich die andere nicht setzen dann muss ich die mal versuchen von unten zu setzen das ist halt das Problem hast du noch diese schrägen Wände welche schrägen Wände ey das Dach wird hier so scheiße aussehen ne tschüss tschüss kurze Frage haben wir schon ein Bett ja äh ja gut ich habe aber nicht mal nicht mal viel Leben verloren aber ich hätte richtig Arschkarte gehabt wenn ich jetzt in die Schlucht gefeiert wäre nur ein bisschen machst du mir so ein Tor die ganze Zeit auf oh das hat wohl jemand vergessen zuzumachen wer war denn unten Material ich weiß es nicht wir brauchen hier übrigens noch eine Liane oder sowas nach oben ja das stimmt ne Leiter oder ne Fahrstuhl mhm kommt der mit nem Quetz er sieht echt schick aus ja Quetz hat hier übrigens genug Platz mhm Alpha Quetz würde ich nicht nehmen weil der Kopf ist wahrscheinlich durch das andere Haus durch äh ja dann kannst du dich drin nämlich nicht mehr bewegen mhm weiii bist du doch? hä? ahahahahahahaha ja ich komme um die Mordwurder natürlich nicht rein nö aha ja weil von dem aus kann man den bauen ja äh gut was denkst du warum ich einen habe? äh hüpf 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 das sieht schon lustig aus hast du noch eine? äh so ein Roof meinst du? ja kann ich dir machen da da äh hä wo ist denn da das Loch? von oben sieht man das viel deutlicher als von unten ja eben na dann lassen wir es einfach oder? dann lassen wir es ja ähm so und jetzt müssten wir hier auf die kleine noch so ein schräges draufsetzen oder? wie meinst du? zwei Stück ja einen da und einen da dann hätten wir durch den hier Support und äh Moment da brauche ich erstmal wieder Holz mhm so okay unsere normale Folge ist um also wollen wir jetzt ja und unten wenn es geht auch unten? ja also hier ach hier damit es schick aussieht ja äh so und jetzt die schrägen könnten wir da theoretisch könntest du nochmal hochfliegen und die und die mal die Wand da weg ne ah scheiße nein ich glaube ne warte mal warte mal also ich bin auf jeden Fall oben ich hab es hier nicht ne ich reiß die Wände nochmal ab ähm okay weil dass die gleiche Wand ist wie die Decke okay was nicht gut ist gut dann würde ich einfach sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit dem fertigen Haus oder genau genau wir basteln hier Zäupers zu Ende und dann sehen wir uns wieder okay mach's gut tschüss 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 und zu maxi Bis zum nächsten Mal.